Sie können jetzt auch natürlich alles Mögliche in der Hinsicht regulieren, verbieten, Gewalt aus dem Fernsehen weg. Gucken wir mal, wo wir die Gewalt dann haben. Im Fernsehen ist sie ja noch relativ sozusagen im Kasten. Ist aus meiner Sicht eine sichere Form von Gewalt. Sie kriegen nichts rein in den Menschen, was nicht drin ist. Sie brauchen ja nicht glauben, dass ein Mensch, der da keinen Bezug zu hat zu diesem Thema, von irgendwelchen aggressiven Fernsehfilmen jetzt aggressiv wird. Das tut er nicht. Aber da gibt es Menschen, die haben eine Affinität dazu und dann wird die natürlich auch angesprochen davon.